Bum-ba-bum-ba-bum-ba-bum Bum-ba-bum-ba-ba-bum Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, dann ist es vorbei. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Damit sieht ich gut. Da bin ich mal auf heute gespannt. Gestern lief es ja relativ gut mit den zwei halbkompletten Kränen. Eigentlich komplett, wer weiß das ja. Ich brauche nur den Markt woanders zu holen und dann brauche ich diesen Krann nicht mehr spielen. Deswegen sage ich komplett. Und dann hoffe ich mal, dass wir heute auch wieder so einen halbwegs guten Kran bekommen. Den könnte man eventuell spielen. Euch bestimmt auch schon aufgefallen, dass ich öfters auf den Kranaufbau gucke und weniger auf... Ja, das hätte ich komplett haben können, weil... Aber nö, die Marke hat sich ja festgeklemmt. Dass ich halt am Aufbau des Kranes entscheide, ob ich den Kran spiele oder nicht. Jetzt mache ich auch wieder erst für vier Runden. Das wird dann auch wieder schwierig. Es sind noch so viele Kräne, wo man immer wieder sagen muss, Okay, das wird dann wohl eher nichts. Ach ja, die Wollyoshis. Da gab es übrigens vor ein paar Tagen bei Bücher.de eine Aktion, vier in eins. Also vier Amiibo für einen Preis. Für 15 Euro insklusive. Und da hatte ich mir noch zwei Wollyoshis geholt. Damit ich die auch endlich habe. Ewig gewartet und das war dann für mich der perfekte Preis. Nur um mal so ein bisschen was anderes zu erzählen. Hm. Ja gut, die Maschine wird vermutlich heute nichts. Leider. Und das war ja hier auch so was, wo ich versucht habe, mit zwei Runden zu kriegen. Hm. So, aber aktuell sehe ich noch nicht so viel. Ich meine, die habe ich komplett. Selber Kranaufbau fast schon. Nur halt einmal mit und einmal ohne diesen Blocken oben. Hm. Na gut, ich habe zwar nicht viel gesehen, aber dann werde ich schon mal kurz durchgucken, was ich dann wirklich spielen möchte. Also bis gleich. So Leute, ja, ich möchte diesen Kran hier spielen. Mal was anderes wieder. Und zwar möchte ich hier gucken. Ihr seht übrigens, hier fehlt eine Marke. Die lässt sich ganz locker runter wackeln mit den Restbewegungen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Deswegen muss ich Ihnen zeigen. Dauert auch nicht lange. Also unter fünf Minuten. Und ich denke mal, hier der erste Griff wird wohl am besten so sein, dass man alles lockert. Am besten wäre ja irgendwie, wenn ich hier so reingreifen könnte, dass die sich lockert. Dass die dann die dagegen drückt und die dagegen drückt. Dass dann die dann einfach mal hier links runterfallen. Und dass ich mir dann rechts hier irgendwas greifen kann. Weil ich persönlich sehe halt die zwei Marke hier am schwierigsten an. So gesehen, weil die halt, ja hier, die wird wohl nicht durchpassen. Und die hier, die liegt sowieso auf den Kugeln drauf, dass sie nicht einfach so runterfallen kann. Das ist natürlich die Frage, wenn ich hier so reingreife, ob ich hier überhaupt was kriegen kann. Weil ich glaube eher, dass ich dann in diese Marke reingreife. Und dass dann, selbst wenn die drei hier fallen, dass dann vielleicht die drei am Ende übrig bleiben. Und wir dann gucken müssen. Hm. Weil die könnte ich mir vorstellen, dass die hier auch durchfallen könnte. Also so von der Form her. Bei denen sieht es halt schwierig aus, wegen den Haaren. Hm. Ist natürlich auch die Frage, dass wenn ich hier so reingreife, dass ich die auch so locker, dass sie auch hier durchfällt. Weil ich kann die auch blockieren da unten und dann warst du es natürlich komplett. Hm. Weil wirklich greifen kann man sie ja eigentlich nicht. Oder soll ich so reingreifen? Wobei, wenn ich jetzt hier nach links gehe, dann würde ich ja eh nach links gedrückt, gell. Merke ich gerade. Ich versuche es einfach mal. Erstmal alles lockern. Hoffen wir mal, dass es klappt. Na. Na, die liegt jetzt immer noch fest. Na. Okay, aber es bewegt sich schon alles irgendwie so ein bisschen. Ja, leider hat nur die Marke ein bisschen fest. Na komm, die eine dürfte aber noch fallen hier. So, ich würde gerade sagen. Ah, es ist halt nur ein bisschen ärgerlich, weil ich schon gedacht hätte, wenn ich die locker, dann passt das schon. Aber, ja. Jetzt bin ich natürlich so weit, dass ich spielen werde. Also ich meine, ich kann ja wohl nur noch die Marke ergreifen. Aber wenn ich jetzt hier nach links gehe, dann würde ich ja dann eh nach links gedrückt, gell. Na, dann hoffen wir mal, dass dann die drei Marke hier noch fallen, dass dann die als letztes übrig bleibt. Heißt die immer noch fest hier? Ja, jetzt ist sie locker, aber ich glaube nicht, dass die da runterfällt. Wobei, ich könnte ja trotzdem mit links und rechts bewegen und arbeiten. Dass ich dann zumindest halt die vielleicht hier runterbewegt kriege, weil irgendwie muss man die ja da rausbekommen, da unten. Und dass dann die mitfällt. Und mit dem dritten Griff holt ich mir dann einfach den hier. Ja, also man merkt schon, der Kran ist vielleicht sogar, ähm... Ja, der erste Griff war vielleicht nicht ganz so gut, könnte natürlich auch sein. Aber ich suche auf jeden Fall einen 3-Runden-Kran, der machbar, ja, der machbar ist. Müssen wir nur noch hoffen, dass das Bonus, äh, dass das Training auch so halbwegs gut ist. Also, ja, gucken wir mal. Hier ist heute ein Trainings-Kranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und warum muss es ein Bombenkran sein, von dem ich sogar genau weiß, dass sogar, ähm, ja, ein paar Japaner mit dem Problem hatten. Weil mit der ersten Bombe alles lockern, passiert erstmal nicht viel. Dass man hier persönlich die da oben runterwirft. Naja, was soll man machen? Locker, gelockert werden muss ja sowieso alles. So, dass man halt wirklich Stück für Stück dann irgendwie hier von der Bombe-Explosion hier die rüberwerfen. Irgendwie sowas. Na? Ja, so halbwegs. Hätte wäre schon schön gewesen, wenn ich mir mitgeflogen wäre. Aber ihr seht halt schon gerade bei dem Bombenkran hier, ich glaube, es wäre auch so einer von denen, der es nicht unbedingt spielen wollen würde, weil er wohl als Fünf-Runden-Kran zählt in dem Sinne. Na, komm. Na gut, die mag ich wohl jetzt nicht mehr kriegen. Ähm, ich versuche mal was anderes. Auch weil ich sowieso weiß, dass ich es nicht kriegen werde, wenn ich hier oben hinwerfe. Weil die wird nur ein bisschen rüberrutschen und dann war's das. Ich hab mal geguckt, dass ich die Bombe hier abprallen lasse, dass die hier beim Weg hier irgendwo hier explodiert, dass die dann hier rüberfliegen könnte. Wobei ich halt eher glaube, dass die dann zu weit weg ist, um sich hier wirklich zu bewegen. Aber einfach mal ausprobieren. Ja, nee, okay, das funktioniert mit der Marke gar nicht. Die bewegt sich keinen Millimeter großartig. Also, ich meine, nicht weit zum Ausgang. Aber wenn die so liegt, dann kriegt man die auch nicht, wenn man der Obi-Bomber draufwirft, wie gesagt. Da hätte man zwei Runden investieren müssen. So, immerhin eine Runde. Hoffe ich mal, dass ich die eine Marke irgendwie noch mit links zu erstbewegen runterwackeln kann. Na, Bobby, lass uns mal durch hier zum Kugelkran. Oder Rollenkran, je nachdem, wie man es sagen, wie man es nennen möchte. So, Leute, das ging relativ schnell. Das war sogar in fast unter, ja doch, das war fast eine Minute. Ja, hätte ich schon fast gedacht, dass die dann, die zweite hier noch hängen bleibt und ich dann, ja, das Nachsehen habe. Problem würde es aber jetzt nur sein, hält er ihn auch fest. Und wenn er ihn loslässt, ob er hier durchfällt. Das ist natürlich jetzt die gute Frage, weil ich sehe hier jetzt gerade so eine Schwierigkeit, ihn halt wirklich gut zu greifen. Wenn der Greifer dann dabei abrutscht. Aber greifen müssen wir es trotzdem. Also hoffen wir mal, dass es klappt. So, dürfte doch gut passen. Vielleicht klappt es sogar, dass er ihn sogar so gut festhalten kann. Na komm, alles klar. Ist natürlich nicht unbedingt jetzt mein Top-Favorit-Kran, den ich kompetieren wollen würde. Aber ich mag halt verschiedene Kräne zu spielen. Nicht immer nur diese Standard-Bomben und, ja, ihr wisst, was ich meine. Die halt 5000 Mal wiederholt wurden, nur damit man möglichst viele Runden reinhauen kann. Und dann liebe ich halt sowas, dass man halt ein bisschen rumprobieren kann. Ich glaube, es gibt auch so einen Kran nochmal mit Anime-Crossing. Wo ich aber dann auch nochmal gucken müsste. Und ich muss ja dazu sagen, wenn man einen Kran in drei Runden kompetieren kann, ist es natürlich immer top. Vielleicht sogar in zwei, wobei es wird ein bisschen schwieriger. Es sei denn, es lockert sich wirklich alles hier mit dem ersten Griff. Dass man dann halt alles weg hat und dann nur noch ihn hier als zweiten Griff hat. Aber gut, wie gesagt, der dritte Griff ist sozusagen immer dann die Notlösung bei Sebastian. Weil ich sehe das nicht unbedingt ganz einfach an. Ja, da sieht man, dass alles so locker ist. Wenn ich links Westwegen mache, würde der wieder runterfallen. Gut, dann gucken wir mal nochmal in die Sammlung, wie das Ganze aussieht. So, und da haben wir ihn, ja. Also im Prinzip so ein Standardbild, wo man dann halt wieder die ganzen Köpfe hat. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin zufrieden, wenn dann sowas immer gut klappt. Ich meine, ich bin ja nicht 100% aufgestimmte Sets festgelegt, obwohl ja heute sowieso nicht so viele verschiedene da waren. Irgendwie habe ich da keinen gesehen, wo mir dann wirklich Spaß gemacht hätte. Oder im Sinne von, wo noch kommentieren wollen würde. Aber auf jeden Fall, unser Set Nummer 230 gefällt mir. Und ja, dann hoffe ich, hat der Papi wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Cake Training sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ob ihr es vielleicht sogar geschafft habt, ihn zu kompetieren. Vielleicht habe ich auch die erste Bombe falsch gemacht. Vielleicht die zweite, ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, ich mag diese Art von Bobben keine nicht. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao. Ciao.